hallo und herzlich willkommen hier auf diesem kanal wir sind heute in dresden noch besser gesagt in hellerau mit der lieben annett annett möchte ich einmal kurz vorstellen hallo mein name ist annett lippe wir betreiben eine garten und landschaftsbaufirma und unser projekt ist im moment die handgestaltung des hotels bergwirtschaft ja und ich würde mal gerne wissen annett wie schaut es aus was waren denn eure probleme bei der mitarbeiterfindung ja bei der mitarbeiterfindung hatten wir diese probleme wir haben in agenturen und überall um fähiges personal oder besser gesagt um fachpersonal geworben und leider über viele jahre keine erfolge erzielt gut ist natürlich nicht so optimal wenn man sucht und sucht aber nichts findet ich nehme an ihr hattet ja auch über das arbeitsamt oder bei jobportale auch gesucht oder genau okay verstehe und wie fandst du die ergebnisse in der zusammenarbeit also was ist dabei rumgekommen ja ich fand die ergebnisse schon sehr positiv also wir hatten 18 potenzielle bewerber und haben davon zwei facharbeiter eingestellt in kürzester zeit ja nicht wen würdest du denn die zusammenarbeit mit kompakt recruiting empfehlen ich würde die zusammenarbeit empfehlen allen handwerklichen berufsgruppen die wirklich potenzielle facharbeiter suchen in ihren branchen ja ihr seht die annett hat das problem fachkräftemangel hinter sich gebracht wenn du auch gerade mitarbeiter suchst über jobportale zeitarbeitsfirmen ja oder das arbeitsamt und nicht deine gewünschten mitarbeiter findest dann bewirb dich hier auf ein kostenloses erstgespräch unter diesem video und wir schauen ob und wie wir dir am besten weit helfen können bis dann bis dann